Machst du Unterschiede in der Benutzung, Nutzung von Smartphones in der Arbeit und in der Freizeit? Ne, absolut nicht. Ich benutze es immer gleich, also ob Arbeit oder privat. Ich habe mein Handy immer bei mir. Immer gleich gerne und immer extrem dabei? Ja, immer. Warum? Ja, keine Ahnung. Ich schaue einfach öfter Facebook, WhatsApp ist einfach immer was da und ich kriege immer Nachrichten. Ich brauche einfach mein Handy immer bei mir. Und der Arbeitgeber sagt nichts in deiner Nutzung auf der Arbeit? Ja gut, sie sehen es jetzt nicht gerne, aber man darf es schon haben. Gibt es Unterschiede in der Nutzung des Smartphones, im Beruf, in der Freizeit und so weiter? Auf alle Fälle, weil berufsbedingterweise muss ich immer stetig anrufbar sein, gerade für einen Chef. Und auch wenn bei Kundschaften selber irgendwas ist, ich muss jederzeit immer beim Chef anrufen können und auch selber erreichbar sein. Ja, beruflich nutze ich es viel im Auto, sprich ich spreche viel damit und privat lese ich viele Sachen oder kommuniziere Kurznachrichten. Die Nutzung vom Smartphone, ist die im Job anders wie privat? Auf jeden Fall. Also beruflich mit E-Mails, Google, Recherche und privat geht es eigentlich nur um Kommunikation mit Freunden, oder? Genau, richtig. Eigentlich nur der Austausch, was man gerade macht, aber im Beruf, hauptsächlich E-Mails. Und könnte man was ändern in Sachen Smartphone im Job? Sollte man da was ändern, kann der Arbeitgeber was ändern? Ich glaube, das ist schwierig. Glaube ich nicht. Ich glaube, das wird fast noch schlimmer. Ich glaube, dass eigentlich in Zukunft alles über Smartphones ablaufen wird, egal ob Präsentationen über einen Beamer, als auch mit den E-Mails weiterhin komplett durch die Bank. Also ich darf zum Beispiel in der Arbeit mein Handy nicht in der Hand haben. Also ich darf nur in Notfällen drauf gucken und ich sollte während der Arbeitszeit komplett mein Handy auf jeden Fall auf die Seite tun. Könnten Arbeitgeber was tun, dass Smartphones in der Arbeit weniger wichtig werden, dass da was getan wird? Die Handys einfach beiseite legen lassen. Also wir haben es auch in der Schublade und dürfen nicht drauf schauen. Nur in der Zigarettenpause? Richtig. Oder so? Bei uns auf der Arbeit sind Smartphones generell verboten. Und ich finde es okay, weil Arbeit ist Arbeit und wenn ich arbeite, dann habe ich nichts mit meinem privaten Smartphone zu tun. Ich finde es gut, wer wie eigentlich besser zum Beispiel. Ich finde es auch nicht mehr, wenn es für alle E-Mails ist es für alle E-Mails und nicht mehr um! Ich bin totalçar mit einem anderen Gerätten, das Gerätten ist eine Gerätter mit Geistung. Weil du immer noch gut, dass sich die政f Dodger, wenn du sehr stark aus, dass meiner Gerätten muss einmal auswärts in der Größe gelätten Handeln sein. Dann wird es ebenso Anlehiusz!